Die Schlacht von Kalatana Sor ist eine legendäre und vermutlich erfundene militärische Auseinandersetzung, die im Juli 1002 stattgefunden haben soll. Vorgeschichte und angeblicher Verlauf der Schlacht, Almanzor Kemarajams II, und faktischer Alleinherrscher im Kalifat von Cordoba, führte im Sommer 1002 wie jedes Jahr einen maurischen Raubzug Richtung Santiago de Compostela und Barcelona. Danach zogen sich die Mauren in ihren Stützpunkt das Kloster San Milen zurück. Laut spanischen Quellen sollen sich die Truppen von Castilien, Navarra und Leon unter der Führung von Alfons V. von Leon in der Provinz Soria zum Kampf gestellt haben. Auch Sanko I., Garzes Enkel von Fernan González habe an der Schlacht teilgenommen. Die Begegnung endete, so die Legende, mit einer Niederlage der Mauren. Almanzor selber soll schwere Verletzungen erlitten haben, aufgrund deren er erblindet und denen er wenig später erlegen sein soll. Tatsächlich litt Almanzor jedoch in den letzten Jahren seines Lebens unter einer schweren Gichterkrankung und wurde im August 1002 bei der Rückkehr, von einem siegreichen Feldzug in Medine Celi vom Tod erreilt. Geschichtsfälschung Zu seinen Lebzeiten erlitt Almanzor keine einzige militärische Niederlage in seinen Kampagnen gegen die christlichen Reiche. Daher wurde die Legende von der Schlacht von Kalatanasor als einzige und tödliche Niederlage dieses Feldherrn als Propagandatext verfasst. In den zeitgenössischen Chroniken, die vom Tod Almanzors berichten, wird die angebliche Schlacht nicht erwähnt. Sie taucht erstmals im Kroneikenmundi des Lukas di Tui auf. Lukas führt dabei als christliche Führer fälschlich Bermudo II, von Leon und Garcia Fernandes von Kastilien an, die beide zum angeblichen Zeitpunkt der Schlacht bereits seit Jahren verstorben waren. Die Erhistorizität der Schlacht wurde erstmals 1881 von dem Orientalisten Reinhard Dozzi festgestellt. Die moderne Geschichtsschreibung geht einhellig davon aus, dass es sich bei der Schlacht um eine Erfindung handelt. Folgen Der Tod von Almanzor wurde als großer Sieg der christlichen Seite gefeiert und diente dazu, die Moral der christlichen Seite zu stärken. Aus Anlass des Todes wurde auch die Legende dieser Schlacht verfasst, die noch Jahrhunderte später in vielen spanischen Schulbüchern stand. Der Tod von Almanzor führte auch zu einer inneren Krise des Kalifats.